Notwehr gegen die Polizei. Wie kann ich mich gegen rechtswidrige Maßnahmen von Polizisten zur Wehr setzen? Keine Angst, liebe Ordnungshüter, heute geht es nicht darum, wie man sich körperlich gegen die Polizei wehren kann. Das machen wir vielleicht in einem der nächsten Videos. Heute geht es darum, welche Tricks kann ich als Beschuldigter oder Betroffener anwenden, wenn die Polizei Druck ausübt oder rechtswidrig vorgeht oder irgendwelche Maßnahmen mit mir durchführen möchte, mit denen ich nicht einverstanden. Da gibt es ein paar einfache Tricks, die man sich unbedingt merken sollte. Nummer 1, das ist die ganz einfache Frage, warum? Wenn die Polizei irgendwelche Forderungen stellt oder irgendwelche Maßnahmen durchführen möchte, ich gehe gerade durch die Stadt und die Polizei sagt, ja, allgemeine Personenkontrolle, bitte mal den Ausweis. Dann kann ich fragen, warum? Auf welcher Rechtsgrundlage? Es gibt in Deutschland keine allgemeine Befugnis der Polizei, einfach so jeden auf der Straße zu kontrollieren und die Identität festzustellen. Ich bin weder verpflichtet, den Ausweis mitzuführen, noch hat die Polizei das Recht, jeden jederzeit überall zu kontrollieren. Und deswegen ist es die berechtigte Frage, warum? Warum wollen sie das tun? Welchen Grund gibt es, dass ausgerechnet ich jetzt mich ausweisen muss? Kommt besonders häufig vor bei männlichen, vielleicht dunkelhäutigeren Personen, die dann gerne mal öfter kontrolliert werden. Insbesondere jüngere Personen. Und da ist doch die Frage erlaubt, warum jetzt ausgerechnet ich? Und auf welche Rechtsgrundlage soll oder muss ich mich jetzt ausweisen? Und das gilt für alle Masern. Es gilt auch, wenn die Polizei sagt, ja bitte mal den Kofferraum öffnen, wir wollen jetzt den Kofferraum durchsuchen. Oder bitte mal die Taschen leer machen. Immer nach dem Warum fragen. Welche Rechtsgrundlage wendet die Polizei jetzt gerade an? Das hat zwei Folgen. Erstens, die Polizei wird sich vielleicht tatsächlich denken, okay ja, irgendwie fällt uns jetzt tatsächlich nichts ein, dann machen wir es doch freiwillig. Und dann weiß ich, okay, na gut, freiwillig werde ich es nicht machen. Und der Punkt zwei ist, die Polizei muss sich auf einen Grund festlegen. Und dann wird es für die Polizei im Nachhinein schwieriger, dann, ich möchte niemandem was unterstellen, aber dann wird es für die Polizei im Nachhinein schwieriger, vielleicht dann das Pferd von hinten aufzuzäumen und dann quasi erst, wenn die Maßnahme erfolgreich war, sich dann im Nachhinein einen Grund zu konstruieren. Punkt zwei kennt auch jeder und auch das tun die wenigsten von euch. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Und da sind wir im amerikanischen Film. Ja, und in Deutschland ist es genauso wie im Krimi. Der Beschuldigte hat in jeder Lage des Verfahrens das Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen. Und das gilt nicht nur für den Beschuldigten, sondern das gilt auch, wenn ich noch gar nicht Beschuldigter bin. Das heißt, wenn die Polizei jetzt sagt, ja, bitte mal den Kofferraum leer machen, bitte mal die Taschen ausleeren, bitte mal, wir würden jetzt gerne Ihre Wohnung durchsuchen, weil wir irgendeinen Verdacht haben, dann kannst du immer sagen, ja, ich möchte jetzt mit einem Anwalt sprechen. Vorsicht, du hast zwar immer das Recht, einen Anwalt zu konsultieren. Zwei große Aber. Erstens, den musst du auch selber bezahlen. Zweitens, das Recht auf einen Anwalt hemmt nicht die Maßnahmen. Das heißt, wenn die Polizei vor der Tür steht und sagt, wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss, wir würden jetzt gerne deine Wohnung durchsuchen und du sagst, ja, ich möchte jetzt aber mit meinem Anwalt telefonieren, dann kann die Polizei nicht sagen, ja, jetzt durchsuchen wir erst mal und danach kannst du deinen Anwalt anrufen. Aber die Polizei kann sagen, ja, okay, mein Kollege A hier drüben, der wird mit dir jetzt einen Anwalt raussuchen, den du anrufen kannst. Wir durchsuchen dann schon mal. Das geht. Das Recht auf einen Anwalt ist völlig unabhängig von dem Recht der Polizei, deine Wohnung zu durchsuchen, wenn die einen Durchsuchungsbeschluss haben. Und das musst du dulden. Das heißt, dein Recht auf einen Anwalt schiebt nicht die Maßnahme auf. Es geht gleichzeitig. Aber auch beim Recht auf einen Anwalt ist es so, wenn du davon Gebrauch machst und sagst, ich möchte jetzt einen Anwalt anrufen, dass das die Polizei erst mal einbremst. Und wenn die jetzt vielleicht gar keinen Beschluss haben oder sagen, nur weil du dunkelhäutig bist, im Park, okay, jetzt bitte mal Taschen leermachen und dann sagst du, äh, nein, dann möchte ich jetzt gerne einen Anwalt anrufen. Dann bremst das oft die Polizei ein und die werden sich, wenn du Glück hast, anders überlegen. Anschlussfrage, was tust du jetzt, wenn die Polizei sagt, äh, nein, wir machen jetzt erst mal die Maßnahme fertig und ganz am Schluss darfst du dann einen Anwalt anrufen. Das ist rechtswidrig. Außer es gibt einen Grund dafür. Die Polizei muss dir in jeder Lage des Verfahrens die Gelegenheit geben, einen Anwalt anzurufen. Ausnahme, wenn es die Maßnahme gefährden würde. Das heißt, ähm, wenn jetzt unbedingt sofort durchsucht werden muss, sagen wir mal, die Leute stürmen gerade aus deiner Wohnung und flüchten und jeder hat irgendwie was dabei und dann läuft gerade weg von der Polizei und dann sagst du, äh, stopp, 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 alle mal stehen bleiben, ich würde jetzt gerne einen Anwalt anrufen. Das geht natürlich nicht. Also wenn es unbedingt zwingend erforderlich ist, dass die Maßnahme jetzt beendet wird und fertig durchgezogen wird von der Polizei, dann kannst du natürlich nicht sofort mit einem Anwalt sprechen, sondern dann muss man erst mal die unaufschiebbare Maßnahme durchführen und dann kannst du einen Anwalt sprechen. Aber was tust du jetzt, wenn die Polizei sagt, nein, darfst du nicht oder die ignorieren es. Du sagst, ich möchte mit einem Anwalt sprechen und die machen einfach weiter und ignorieren dich. Dann musst du deinem Verlangen Nachdruck verleihen, erstens und zweitens musst du es dokumentieren. Du musst irgendwie schauen, dass es Leute mitbekommen. Ich möchte jetzt mit einem Anwalt sprechen und wenn die auf dein erstes Verlangen nicht reagieren, dann sagst du es lauter. Und wenn die auch darauf nicht reagieren, dann versuchst du irgendwie, wie in einer anderen Notsituation, irgendwie Passanten mit reinzuziehen. Wenn du gerade im Park bist oder in der Fußgängerzone oder am Straßenrand, dass du dann schaust, dass du irgendwie Leute auf dich aufmerksam machst und sagst, können Sie mir bitte helfen? Die Polizei verweigert mir gerade mein Recht auf einen Anwalt. Können Sie bitte jemanden anrufen? Das funktioniert, weil das schafft dann Druck und das schafft ein Bewusstsein bei der Polizei, dass die vielleicht merken, ja, vielleicht hat er nicht ganz unrecht. Weil viele kommen auf die Idee und sagen, ja, ich möchte jetzt gerne einen Anwalt anrufen. Aber wenn die im ersten Verlangen, wenn das die Polizei ignoriert, dann kommt meistens nicht nochmal das Verlangen, sondern das war es dann. Häufiges Argument von Polizisten, das wir dann hören ist, ja, aber bei einer normalen Verwaltungsmaßnahme, bei einer Verkehrskontrolle nach Polizeirecht, da gilt ja aber nicht die Strafprozessordnung und nur im Strafprozess hat der Beschuldigte ja das Recht, einen Anwalt anzurufen, das Recht, einen Anwalt, einen Verteidiger zu konsultieren. Aber wenn du jetzt einfach nur in der allgemeinen Verkehrskontrolle bist oder im Park kontrolliert wirst, dann bist du ja nicht Beschuldigter, sondern bist du ja oft erstmal nur Betroffener einer polizeilichen Maßnahme. Das heißt nicht verdächtig, sondern neutral. Aber dann kann ja erst recht die Polizei dir nicht verbieten, zu tun und zu lassen, was du willst. Du musst zwar die Maßnahme dulden, die allgemeine Verkehrskontrolle oder die Kontrolle oder die Identitätsfeststellung, die Ausweiskontrolle, aber währenddessen kannst du natürlich, wenn es die Maßnahme nicht stört, telefonieren. Und dann kannst du natürlich auch deinen Anwalt anrufen. Ist auch so nenn klar. Und dann sind wir auch schon bei der Nummer 3, dem wichtigsten aller Tricks, wenn du von der Polizei unter Druck gesetzt wirst. Das ist eigentlich kein Trick, es ist Allgemeinwissen, das sogenannte Aussageverweigerungsrecht. Sie haben das Recht zu schweigen. Und auch das kennen wir aus Hollywood. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Und es ist sehr gut, dass dieser Satz, dass diesen Satz jeder im Kopf hat. Weil alles, was du als Beschuldigter der Polizei sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet werden. Das Wichtigste ist, sich vor Augen zu führen, dass es meistens nach hinten losgeht. Schweigen ist als Beschuldigter bei der Polizei immer richtig. Die beste strategische und effektivste Ausgangsposition hast du als Beschuldigter, wenn du von Anfang an die Aussage verweigerst. Keine Ausreden, keine Alibis, keine Versuche, irgendwie die Polizei gut zu stimmen oder einen guten Eindruck zu hinterlassen bei der Polizei, weil es interessiert am Schluss niemanden, was die Polizei über dich denkt. Das interessiert mich als Verteidiger nicht, das interessiert die Staatsanwaltschaft nicht und am wenigsten interessiert ist das Gericht. Keine Aussage. Und wie geht das jetzt? Wie kann man denn die Aussage verweigern? Weil wir Anwälte sagen, es tun uns immer leichter zu sagen, ja, machen Sie von Ihrem Aussage Verweigerungsrecht Gebrauch. Wie geht das? Und da ist es zum Glück in Deutschland nicht so wie in anderen Staaten teilweise. In Deutschland musst du dich nicht jetzt namentlich auf einen bestimmten Artikel oder Paragrafen berufen, sondern es reicht, wenn man zur Polizei sagt, ich möchte mich zur Sache nicht äußern. Ich möchte von meinem Schweigerecht Gebrauch machen. Ich verweigere die Aussage. Es ist völlig egal. Es muss nur klar werden, dass du nicht aussagen möchtest. Und dann verbietet sich für die Polizei auch jede weitere Befragung. Heißt, wenn die Polizei Druck macht, dann nicht nachgeben. Einfach nur sagen, ich möchte zur Sache nichts sagen oder ich möchte mich erst mit einem Anwalt besprechen und dann vielleicht in der nächsten Woche was sagen. Unbedingt dabei bleiben und nicht unter Druck setzen lassen. Je mehr Druck die Polizei macht, desto mehr weißt du, dass es richtig ist, genau nichts zu tun und nichts zu sagen.